So, gentlemen, ich mache die Translation, er versucht Englisch, aber das ist die Frage. Also, ich möchte dich erst mal fragen, wenn du die Möglichkeit hast, was war die Reaktion? Was war deine Reaktion, als du den Kamerl angesagt hast, als du die erste Information bekommen hast? Ich habe eine Nacht darüber geschlafen und dann habe ich's zu gesagt. Ich habe die Information, dass dieser Promoter aus Steinbren hat und er hat die Nacht und er hat gesagt. Und ich sage, ja, warum nicht? Du fühlst dich, du warst auf die Verge? Ich meine, du wissen, dass die Leute schaut, dass du dich für eine Reaktion wie diese Reaktion hast? Ich denke, dass du es in Ordnung hast oder so? Ich denke, dass du es in Ordnung hast. Absolut. Absolut. Was ist die größte Herausforderung, wenn du gegen Tyson antrittst? Ich meine, du schaust ihn und er ist, wie ist es, 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 wie ist es? Was ist die größte Aufgabe, wenn du gegen Tyson antrittst? Was ist die größte Herausforderung? Was musst du bei Tyson auszurechnen? Wir haben sehr viel trainiert, die Schläge auszuweichen. Das ist das Ding, wo wir dann auch reingehen und die Treppe landen können. Da müssen wir einfach, ich sage, was du willst. Er hat viel trainiert, seit drei Monaten vorhin. Er ist bereit für jede Situation. Er ist bereit für den verrückenden Stylen der Tyson-Masurie. Er weiß über diesen Stylen, was er weiß über ihn. Er weiß über ihn, wie schlafen und so weiter. Aber er ist bereit für jeden Fall, jeden Fall, für die Tysson-Masurie zu tun. Was hast du mit Tyson-Masurie gemacht? 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 Es ist absolut großartig. Es ist eine große, große Herausforderung für Tyson-Masurie. Wir haben C.R. und Hansurie. Er ist ein großer, großer, großer Herausforderer. Er ist ein großer, großer Herausforderer. Wir verstehen. Ja, ja. Was hast du mit Tyson-Masurie gemacht? Absolut nicht. Nein? Keine Herausforderer? Herr Präsident, wir müssen zurück. Danke. Er muss nach dem Restaurant gehen. Wir gehen da raus. Es ist möglich, hier zu sehen. Jetzt geht's rein. Also geht's hier. Eat your lap. Next. Sheikas. Eben? Doe. Und im Rechte. Und im Rechte.